Sie sind auf der Suche nach einem neuen Parfum, wissen aber nicht, was Ihnen gefällt oder welche Richtung Sie eigentlich einschlagen wollen? Dann habe ich die perfekte Lösung für Sie, und zwar unsere Sommelier-Sets, bestehend aus 4x3ml Parfums Ihrer Wahl, die Sie sich individuell zusammenstellen können oder eines unserer vorgefertigten Sets aussuchen können. Sie interessieren sich also für florale Düfte? Dann habe ich hier vier Vorschläge, die Ihnen, glaube ich, sehr gut gefallen werden. Starten wir mit dem Velvet Orchid. Ein leicht floraler Duft mit Zitronenauftakt und Lilie, geht dann in den Jasmin-Iris-Bereich, also wird auch leicht pudrig und zum Schluss mit Moschus, Sandelholz und Selanholz abgerundet. Ein Duft La Dolce Vita, die Leichtigkeit Italiens. Der zweite ist Green Garden, ein etwas grünlich, schon kräftigerer, frischer Duft, der auch das ganze Jahr über gut tragbar ist. Grüner Bambustart mit Rose, geht dann in den Tuberosen-Bereich, weißer Moschus, Amber, Sandelholz, also schon etwas kräftiger. Schlossgarten, Sanssouci in Potsdam, ist die Inspiration dahinter gewesen. Flora Femina, ja, die Hommage an die Lady mit Stil, ein pudriger, floraler Duft, fruchtiger Auftakt mit Pfirsich und schwarzer Johannisbeere und wird dann wie ein wundervolles Blumenbouquet sich entfalten. Schlussendlich haben wir noch den Berlin Heaven. Ja, der schöne Sommer-Frühlings-Himmel über Berlin, fruchtig mit einem kräftigen, blumigen Akkord noch in der Herz- und in der Basisnote.